Oh, Scheiße. Beule. Wir leben noch. Das war echt cool. Ich hab irgendwie schon den Drang, nochmal das Spiel auszumachen, zu speichern, beenden und dann nochmal neu starten. Ich glaub, dann hab ich wieder drei Herzen. Ne, mach ich lieber nicht. Ich krieg gleich die Schlüssel und dann geh ich wieder zum Suppe holen. So, jetzt zeig ich euch erstmal den neuen Gegenstand, die wir ja haben. Guck mal, Link kann ganz toll rumrennen, aber komm und das Ding draußen. Und zack. Ja. Wie denn das? Wumm, wumm, wumm. Bäm. Tch, tch, tch. Ist das nicht geil? So. Und jetzt steckt er sich wieder nochmal nur Husensauch oder rein? Ja, Mann. Rausgeholt. Zack. Und wegstecken. Alles klar. Ja, jetzt komisch, der Rücken macht das irgendwie. Ja, ist egal. So, okay, schnell. Den Schlüssel. Sieht einfach schon mal so aus, als ob es ihn hier wirklich gäbe. Wir sind zu überraschen. Na toll. Komm mal raus, das Ding. Ups. Ups. Oh oh. 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 Jetzt nicht sterben. Ich hab bloß noch ein Herz, ey. Komm, hast du ein Herz? Nee. Also ich würd's nicht riskieren, so. Ganz sicher. Das wollte ich schon mal sagen. Alter kommt still. Also Bäm. Ja und. Ups. Kann hier noch mehr zerwäschen, Mann. Boah. Kannst du nicht mal die Mutzchen auslassen, hier. Scheperdimm. Ja und. Alter, alles zerfetzen hier. Voll sauer, Mann. So. Jetzt kommen ja der Schlüssel hier. So, zeig mal den Schlüssel. Äh. Oh, Donner. Ziegenkäse? 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 Ja. Aber Käse macht die dicke, äh, macht die Suppe aber dick. Schon wieder etwas zu essen. War doch klar. Das war, die war so unsicher, da musste es ja so kommen. Na egal, vielleicht fällt mir ja da noch irgendwas ein. Gehen wir zurück. Toll, war Beule? Du kannst dich auf keinen verlassen. Nee. Auch wenn sie's nett meinen, oder so. Die haben mal oft gebraut. Die haben alle ein Ding an der Waffe. Auch wenn sie's nett meinen. Aber so manche Leute. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als hätte ich jetzt was gegen Frauen. Nein, aber... Auf jeden Fall sieht man ja, dass es kein Verlass ist, ne? Ja, vor allem so eine Matruschkas, die komplett eingebunden sind und so. Ich hoffe, ich komm jetzt auch wieder sicher nach Hause. Ich muss ganz schnell durchrennen. Und zur Suppe. Dann kann ich ihnen die Suppe auffüllen und mich wieder heilen. So. Das ist echt krank, Alter. Vor allem auf den Endboss hab ich keinen Bock. Wieso? Weil der schwer ist. Mit drei Herzen. Aber der ist schwer. Weil du genug Herzen hast, dann merkst du nicht oder so. Aber, weißt du, aber... So. Mit drei Herzen sind das schon noch... Ja, weil das ist so ein Wirrwarr, dass du halt leicht einfach mal so getroffen wirst. Ah, ich bin gespannt. So, okay. Du hast uns wieder verarscht, Mann! Oh, Marcel, hast du ihn? Den Käse, ja. Ja. Ob ihn wohl meinen Mann weggeräumt hat? Hm. Wo hab ich ihn nur hingetan? Ja, jetzt sag doch mal. Verzeih's mir einfach nicht ein... Es will mir einfach nicht einfallen. Gib doch erstmal den Käse meinem Mann. Vielleicht hält's mir dann wieder ein. Ja. Also, wisst du, was wir jetzt singen? Wir müssen jetzt mal wieder zu ihr singen. Gib mir den Wodka, Anushka. Wodka geht's mir gut. Das sieht aus wie so eine Russenfrau, wa? Ja. So, jetzt schubst uns der Typ um und da stellen wir jetzt was auf. Hm. Da fehlt noch etwas. Das gewisse etwas. Hm. Hm. Riecht gut. Aber was hast du denn da? Oh, the game over. Ah, das hat mir für meine Suppe noch gefehlt. Einfach rein gemacht. Jetzt muss sie nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Föhn seine Wampe. Oh, was hab ich jetzt noch mal dicke Suppe. Meinst du, das ist dicke? Ja. Guck mal her. Das ist bestimmt dicke Suppe. Luxussuppe! So, dann gib mir mit mir gleich mal einen Schluck. Nicht, dass du hier reinfällst in die Topfvoll-Suppe. So, wird seine Anerziehung verschoben werden? Ja, klar. Ich muss jetzt echt aufpassen. Stup! Ich darf kein Game Over gehen. Feen sind ja manchmal noch ganz okay. Dafür sind sie ja da. Aber so ein 3-Hertz-One macht nichts. Macht überhaupt keinen Sinn, weil ich dann einfach sterbe. Das ist schon doof. Das weiß ich ja keinem was. Aber du hast es ja in den anderen Let's Plays auch bewiesen, dass du mit reinfällst. Es waren aber auch Spiele wie Kantic ja auswendig. Hast du, spielt sie jetzt blind oder? Nee, wo ist halt nicht so oft gespielt, weil die Lied-Person ist doof. Und ich hab ja die Game Over-Person nicht. Hab ich mir ja ausgeliehen. Ja. So, kann ich den Dick-Nobie mal hier anbäschen? Nee, kann ich nicht benutzen. Na gut. So, okay. Dann gehen wir jetzt mal wieder in den Anfangsraum. So, ja. Obwohl, vielleicht ist die inzwischen eingefallen. Da ist nämlich noch eine dritte Tür, die jetzt bestimmt gleich aufgeht. So, warte. Hier. Ah, jetzt fällt mir wieder ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich es oft... Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Boah, das ganze Rest, ey. Da wo das Zeichen ist. Guck dir das an. Der ganze Rest, der ganze Obergeschoss. Na ja, dann haben wir Spaß. Untergeschoss, soweit erledigt. So, ich geh jetzt nochmal zurück. Autsch. Hey, lach nicht. So, weil ich sehe da nämlich ganz viele Truhen, liebe ich. Alle haben. Wunder geschehen. Du hast den Tisch nicht gesehen. Hat auch weh gesagt. So, also hier soll eine Truhe sein. Hier ist eine Truhe. So. Und? Ja. Ja. Gelber Ruin. Geld. Gelber Rubbel. So. Wenn wir schönes... Zack. Nochmal ein bisschen Knete. Mir war es, als ob hier irgendwo noch ein Geist oder sowas in so einer Scheiß-Ritterrüstung drin ist. Mir war aber nur so. Na? Ich bin jetzt schon komplett behindert. Na, warte mal. So. 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 Ich weiß ja alles. Hier und da. So. So. Eine schöne Sammlung hier demolieren. Das macht Spaß, wa, Beule? Da kommt auch Freude. Genau. Daran hätte ich auch Spaß. Ja. Gut. Ähm. Wohin jetzt? So. Wollte ich dich grad noch fragen. Erzähl mal. Das ist eine gute Frage. Ich muss mal gucken. Wir haben jetzt erstmal viele neue Optionen. Dank dem coolen Schleuderriemen hier, den wir jetzt haben. Aber... Was? War das Wort unpfleglich? Schleuderriemen? Also, Robin hätte jetzt das Sound aufgelacht. Ja, das stimmt. So. Ich glaube, ich geh nochmal in den anderen Raum, wo wir die Truhe gefunden haben. Wo die Truhe auch unter dem Eis war. Da geh ich jetzt nochmal hin. Hallo. So. Das kann jetzt eigentlich so machen. Lala, lala, lala. Nee, geht ganz schnell. Geht ganz schnell. Jetzt geht das. What the fuck? Hup. So. So. Boile, warum lachst du so? Nichts. Boile? Ja. Warum lachst du? Nichts. Boile, hast du einfach ganz live? Nein, nicht live, aber hast du in der Aufnahme einen fahren lassen? Ganz leisen. Das macht man aber nicht. Nein, habe ich nicht. Ist ja gut. So, ich kann es halt hier demolieren. Ups. Ich könnte jetzt ja fies sein und sagen, ich bin ja nie Roman. So. Okay, weiter. Alle Truhen. So weit. Erstmal jetzt. Wo ist Geld drin oder wie? Oh. Irgendwie so was ist hier drin? So, was ist? Ja, ja toll. Für'n Zwacken, wisst du? Für'n Zwacken. Aber was macht man nicht alles für'n Zwacken? So, wir müssen jetzt irgendwie ins Obergeschoss kommen. Deucht mir, düngt mir. Wenn wir düngt. Aber die Treppen sind doch kaputt, oder? Die Treppen, die ich bisher gesehen habe, waren alle im Arsch. Aber ich guck mal. Mensch. Link, du hast irgendwie... Du bist wie ein Magnet bei den Wänden. Ach, guck mal hier. Wir können hier jetzt die komplette Seite hier... Können wir erstmal eine Abkürzung machen. Man blinkt. So. Bam. Eine schöne Abkürzung hier. Zack. So. So. Weicht aber auch schon. So. 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 Irgendwo müssen wir jetzt hier hochkommen. So. 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 Wenn du jetzt noch eine Katze aufgeh Carbon werben. Das war jetzt schon gummische grlawine. Ich will dann eine Kanone sagen. Oh. Guck mal. Also die ist von der Kon Joe mal grafen. Oder? Oh. So. Schöne Kanone, die kann ja bloß eigentlich in die Richtung schon mal. So, ist okay. Aber wo soll die hinschießen? Nach da oben. Vielleicht jetzt hier. Ich glaube, hier war sogar, dass der Boden hier einbricht. Der muss hier auch einbrechen, weil dann komme ich zum Herzteil. Ja, mal guck mal. Aber da will es ja nicht lang. Ähm, nö. Da bricht er doch so ein. Die bricht nicht ein. Einfach mit dem Video rutschen. Ich habe ein bisschen. Ah, ist klar. So, die können mich auch wieder hochziehen hier, siehst du? Ja. Na, da ist es zum Herzteil. Aber das will ich nicht. So, komme ich hier rein? Nö. Gut, also dann doch erstmal Kugel holen. Die muss ich da oben auch schießen, aber was bringt denn das denn? Beute, was bringt das? Ich versuche gerade, was zu überlegen. Hier geht es ja auch noch lang. Hier geht es ja auch noch rein. So. Oh, scheiße. Hier ist alles. Da steht so ein Eisman. 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 So, einfach halten. Ist schon kalt. Möbel jetzt halb allern. So, was ist hier los hier? Ich fülle mir aus jetzt. Ich wollte eigentlich, ich wollte rüber jumpen, aber ich weiß wie, ich weiß wieder wie. Es kommt mir alles, es kommt wieder alles. Kommt langsamer bitte. Ja, dann kann ich mich wieder zurückziehen. Aber pass mal auf, was ich hier machen muss, ist folgendes. Ich muss. Ah, das ist eine Verschwörung gesetzt. Genau. So. Hui. Heutzutage will ich schaukeln, aber... Ja. Der Schlüssel. Dann haben wir den kleinen Schlüssel. Und eine scheiß Geldermus. So. So, ähm... Ach, ich zieh mich zurück, wahr? Geh schneller. Ich zieh mich zurück. So. Zurück aus dem Gehen, ja? Gut, haben wir das da erledigt? Also jetzt die Schlüssel, die wir erst mal benutzen. Ähm... Hier lang. Hier ist ein Herzteil. Und ich seh grad in den Raum, wo wir jetzt kommen, wo die Tour da unten ist, da ist auch ein Herzteil drinne. Das ist das nächste Herzteil. Oh, ist aber eisig. Platz hier. BAMS! Ich stelle immer wieder, dass der Ding so einfach aus der Husten zieht. Einfach noch ganz andere Sachen. So, da guck mal, okay. Aha. Okay, auf die ganz... Jetzt sieht noch ganz andere Sachen aus den Taschen. So, er ist auf die andere Seite. Genau, und... Man kann sich auch schon denken, wie man da zum Herzteil kommt. Man schwingt einfach nach. Boah, du Arsch, Alter. Du verdammte Arschrette. Alter, er hat mich heruntergekickt. Wow, es läuft damit ein Schwerd auf mir. Der sagt... Arsch. Verdammt, wie kommen wir jetzt da hoch? Warte, ich glaube, weil ich das eine Eisending da... Nämlich das Eisding da weggebasht habe, kann ich mich jetzt hier ranziehen. Ja, super. Da war Eis davor, Freunde. Hui. Das ist mir dann irgendwie gefallen. So, alles klar, Freunde. Ich würde sagen, am nächsten Part erkunden wir den Dungeon hier weiter. Machen wir. Schon im Spoiler? Richtig. Ja, ist nur eine Menge zu erledigen. Aber das schaffen wir. Das schaffen wir. Tschaka. Und dann, Freunde, bis zum nächsten Part. Bis später. Bis später. Bis später.